Und das den Tag, ob den Primärern am meisten gewacht haben, Diplomüberrichtung. Da so ein Event bei uns in der Schule den Uelzig-Kanal sich nicht entgegen lässt, ist es wohl klar. Ihr als Primärer hier an Diplomern den Herrn Hallen, gingen die 400 Diplomüberrichtung als besten Schüler belaut. Heute bekommen alle Schüler, die eine Jahresmariante von 50 oder mehr haben, einen Preis überrascht. Nun die obligatorischen Reden von unserem Direktor, Lucia Thiel, aus der RZNZ, die in den Abendmadenistisch vertruten wird, aus dem noch weitergegangen. Musik 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 Die Cabaret Giogelli wurde als erste Antrieb von ihrem neuen Musical Spamalot gewiesen, den ihr ab Oktober könnt gucken gehen. Musik Musik Natürlich schon die Schüler, die den LGE alle für Ämerwerte verlassen, mit den nächsten Просто Müssen der Team von der Muka in den Hand vorstehen. Was bedeutet das Stück vorbei für dich? Für mich ist es ganz klar an dir, die abgehangen ist. Ich könnte auf die Oberstrasse machen. Nicht viel. Nicht viel, weiter. Ich habe keine Mention, aber du kannst schon nach Köln gehen. Das ist ein Schlüssel zu einem neuen Leben. Das bedeutet, dass ich auf den Tisch gehe, wo ich gehe. Das mache ich nicht für meine Zukunft. Das bringt natürlich nicht viel. Ich muss gut studieren, um ein bisschen mehr weiter zu gehen. Ich denke, dass ich mehr von den 7-Jahre-Lise-Ideen gemacht habe. Ich glaube, dass ich das erwartete. Ich glaube, dass es nicht so viel ist. Das ist der Schluss von dieser Epoch und der Ausführung von anderen. Ich denke, es bedeutet, wie es das immer heute bedeutet. Weil ich will viele Leute hier packen. Nicht viel fährt nicht. Ja, das ist auch mega schön, hier im Zimmer auszustellen. Das ist wirklich ganz flott. Ich bringe das Examen aus euch, dass es vielleicht nicht so viel wird. Nur wenn ich noch ein unäßiges Diplom habe. Ich denke, da kann ich wirklich eine gute Arbeit von einer Weiterbildung machen. Es geht immer mehr einfach. Die Examen waren auch einfach. Auch noch als Profisur. Es ist schon eine Belohnung zu sehen. Bio, Physik, Schimil, geht alles an mich einfach. Ich weiß nicht, wie viel das unterhält ist. Ich denke, es geht aber auf. Wer ist ein Diplom zu holen? Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich schon mal gut. Das ist eigentlich ein wichtiges Mal für mich. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Ich denke, es ist schon seit 7 Jahren, 8 Jahren. Das habe ich nie geschafft. Und endlich sind die Diplom endlich an der Test zu tun. Das ist schon eine gute Sache. Die Satisfaction, dass ich endlich ein Diplom habe. Das ist vielleicht ein bisschen nostalgisch, vor allem die Zeit hergehe. Insgesamt ist es einfach so ein Wischiwaschi. Das ist einfach glücklich. Ich fühle mich super. Das ist wirklich geil. Heute zu sehen und ein Diplom endlich noch so viele Jahre zu kriegen. Da hat mir keiner zu getraut. Lohnen und endlich. Ich bin so glücklich. Was hat denn die Dplank für den Norden geistig Geschwäsch gemacht? Nein, 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 noch nie. Ich trinke nicht mehr, ich schiebe nicht mit den Filmen, nein, wirklich nicht. Ich schiebe mal mit der Familie, gut die Essen und dann guckt man weiter. Der Norden am Club und der White gewiss da! Nie, ich bin nur schlafen weil ich habe viel zu langsamerチής und ich habe immer weiter gelernt. Es wird immer weiter gelernt. Es ist zwar eben gut, nur ich da! Ja, merci. Vielen Dank.